hallo und herzlich willkommen bei nerd von medizin und wenn ihr euch fragt was wir hier machen ich erzähle es euch gleich aber als erstes stelle ich euch mal vor wer da neben mir sitzt das ist nämlich der max bonkratz der nämlich nicht nur feuerwehrkommandant ist sondern auch pfleger bei uns in der notaufnahme was ja eine coole kombination deshalb kennen wir uns schon ewig max hallo genau schön dass du da bist wir sind jetzt bei der feuerwehr groß gründlach ein teil von der nürnberger feuerwehr wenn ich das richtig klar und wir haben uns jetzt ein spezielles thema rausgesucht weil wir uns da unterhalten haben nämlich die rettung von dem atemschutzträger richtig max atemschutzträger das ist für mich als nicht feuerwehrler so ein typ in zum raumanzug quasi mit ganz vielen schläuchen und so der so darf wedermäßig da vor mir steht was ist denn da das problem oder was was kann da was kann darüber passieren ja also das ist wie du schon sagst ein feuerwehrmann oder feuerwehrfrau in einem dicken anzug dicker schutzkleidung mit viel gewicht drauf die haben atemluftflaschen auf dem rücken und haben noch viel zusatzausrüstung viel gewicht und das ist natürlich eine enorme körperliche anstrengung und damit ist eigentlich auch die frage schon fast beantwortet was so der häufigste grund für medizinische zwischenfälle ist beim atemschutzgeräteträger und zwar ist es einfach der erschöpfungszustand also die kameraden schwitzen sehr viel dadurch kommt es halt zur austrocknung und manchmal dann auch zum kollaps und auch wenn jeder geräteträger zwar regelmäßig sich einer medizinischen untersuchung unterziehen muss ist natürlich trotzdem nicht gewährleistet weil das alles gut geht weil auch der feuerwehrmann nicht geschützt vor erkrankungen in jeglicher hinsicht also auch der feuerwehrmann kann selbstverständlich einen herzinfarkt bekommen gerade weil wenn er so unter körperlich richtig stress bei dieser anstrengung ja und dann gibt es natürlich noch feuerwehrtechnische zwischenfälle wie verbrennungen verbrühungen und sowas durch durchzündungen das ist was was man gott sei dank selten erlebt aber wenn dann ist es natürlich umso brisanter okay das problem das ich mir vorstelle ist also ich wenn ich einen patienten krieg von der feuerwehr dann kommen die aus irgendeinem brennenden haus oder aus dem auto oder so da spricht man sich ab wie schnell sollte raus und dann wird er so serviert und dann weiß ich was ich tun soll jetzt haben wir uns darüber unterhalten das problem ist doch irgendwie so ein atemschutzträger wenn mir der serviert wird der ist ja noch voll verkleidet richtig also das problem ist dass eine lücke entsteht denn der feuerwehrmann lernt in seiner atemschutzausbildung durchaus wie er mit einem atemschutznotfall umzugehen hat wie er den verletzten oder erkrankten kameraden retten kann er lernt diese rettung aber bis zu dem zeitpunkt wo der geräteträger außerhalb vom gefahrenbereich ist und dann dort abgelegt wird und dann würde er einen rettungsdienst übergeben das problem ist das wissen vielleicht die präkliniker unter uns dass der rettungsdienst diesen atemschutznotfall eigentlich erst dann gut abarbeiten kann wenn der geräteträger entkleidet ist spricht er hat keine flasche mehr am rücken der hat keine dicke schutzkleidung mehr an damit ich ordentlich an den rand komme zum untersuchen zur diagnostik und natürlich zur therapie und diese lücke geht es zu schließen okay aber ihr habt sie da ein schema für euch oder eine lösung ja richtig was was sind das so die schritte die man bedenken muss ja oder was wird da also wie vorhin schon erwähnt ist es natürlich wichtig den feuerwehrmann oder die feuerwehrfrau so zu entkleiden dass ich gut an den rand kommen wenn man jetzt mal vom bewusstlosen feuerwehrkameraden ausgeht ist es genauso wie beim bewusstlosen motorradfahrer der helm muss runter in unserem fall die maske muss runter ansonsten kann eigentlich keine suffiziente atemkontrolle erfolgen und ich kann nicht entscheiden was braucht er jetzt braucht er eine reanimation braucht er nur eine seitenlage oder ist er vielleicht einfach nur so ein bisschen somnolent weil er einfach zu wenig getrunken hat das ist ja die entschärfte version dann von dem zwischenfall auf jeden fall wir haben für uns da so ein ganz gutes system erarbeitet wie wir denjenigen möglichst schnell entkleiden können wir haben für uns entschieden wir bringen den möglichst schnell aus dem gefahrenbereich also wir sind da im bereich der crash rettung ok also einfach raus so schnell wie möglich so schnell wie möglich raus aus dem gefahrenbereich ansonsten kann man dem kollegen einfach nicht gut genug helfen genau das ist auch nicht so wichtig ob man ein fuß irgendwo hin stößt oder sowas hauptsächlich raus und wenn er dann außen gerettet ist aus diesem gefahrenbereich draußen ist normalerweise geht der atemschutztruppe zu zweit vor das heißt es sind zwei kameraden die den verletzten kollegen wahrscheinlich nach draußen bringen und wenn die den draußen gerettet haben dann teilen die sich diesen kameraden auf und die aufgaben die zu erledigen sind sprich einer lässt den kameraden den verletzten auf seinen schoß fallen setzt sich selbst das ist der beim kopf jetzt am kopf sitzt einer und richtig der setzt sich selber am boden und lässt den anderen so auf sich gleiten quasi auf den schoß und das ist der kopf mensch das heißt er behandelt oder versorgt erstmal den kopf der muss schauen dass er möglichst schnell den helm runter bekommt die maske auszieht wir haben noch eine flammschutzhaube damit die ohren und so weiter geschützt sind die außerhalb von der maske liegen auch die muss runter selbstverständlich und dann wenn er das hat und der kopf ist befreit wird wird der feuerwehrmann an den ärmeln gepackt und die arme werden nach oben gezogen okay warum dazu kommen wir gleich noch okay ja ja ich bin jetzt gespannt genau der zweite feuerwehrkammerad der damit in der rettung eingebunden ist versorgt den oberkörper das heißt der macht sämtliche bebänderungen auf damit das atemschutzgerät offen ist das ist irgendwelche gurte oder klemmen oder irgendwas was da genau also das ist wie ein rucksack noch da kann man die bebänderung einfach lockern damit er schnell draus raus kommt und es gibt noch ein bauchgurt auch die klammer muss natürlich geöffnet werden dann wird die jacke geöffnet die feuerwehrjacke da gibt es verschiedene möglichkeiten das ist je nach jackenmodell entweder den reißverschluss auf bei unseren jacken gibt es jetzt zum glück eine schnellverschluss dass der reißverschluss nach oben gegen den widerstand gezogen wird und der reißverschluss öffnet sich automatisch okay geht deutlich schneller als wenn man den reißverschluss irgendwo durchfummeln muss aber das ist wahrscheinlich von jacke zu jacke verschieden je nachdem wie das läuft ja man muss bedenken dass derjenige ja immer noch mit dem rücken auf seiner flasche liegt da liegt er wie so ein käfer quasi richtig genau das heißt es ist eigentlich nicht möglich irgendwie den einzuschätzen okay jetzt haben wir gesagt rausbringen und der beim kopf macht alles macht die maske und den helm und diese flammschutz habe und so runter der oberkörper mensch macht die jacke auf und den gürtel auf richtig und dann hast du jetzt noch irgendwas sagt mit hände nach oben genau jetzt bin ich gespannt der vollwehrmann am kopf da liegt das noch immer so ne genau hält die ärmel nach oben so dass die arme über dem kopf sind von dem verletzten und der kollege der den oberkörper befreit hat geht runter zu den füßen des verletzten kameraden und zieht einmal kräftig an den füßen so dass der quasi aus seiner kompletten ausrüstung heraus gezogen wird und ja damit zügig am boden liegt und frei zugänglich ist als kleiner hinweis noch bei dem video haben wir jetzt die den sauerstoff den druckluft anschluss nicht an die masken dran gemacht das wäre aber wurscht weil man die einfach mit runter ziehen kann oder richtig genau also es gibt verschiedene systeme normaldruck und überdruck in unserem fall ist es jetzt normaldruck das heißt es kommt nur dann luft aus dieser druckluft leitung wenn der vollwehrmann einatmet in dem moment wo ich die maske runter ziehe mit dieser angeschlossenen leitung kommt da nichts passiert dann das ventil bleibt einfach zu und bei der überdruck maske die kriege ich natürlich runter vom gesicht ja mit dem problem dass da natürlich luft ausströmen könnte aber die strömt halt so lange aus bis die flasche leer ist ich denke das ist ein zu verschmerzendes risiko wenn man denkt was die alternative ist oder was der benefit davon ist können wir sich überlegen ob der cebab beatmet wird okay das wäre eine spannende studie was dann die beatmung naja ich halte es für sinnvoll dass man die vollwehrleuten diese diese befreiung machen lässt wenn man feststellt dass die das gut drauf haben und gut machen weil das natürlich das equipment ist mit dem die vollwehrleute tagtäglich zu tun haben und wahrscheinlich eher wissen wo sie hinlangen sollen damit welcher gut locker ist wenn man darin ungeübt ist und das ist der normale rettungsdienstlehrer definitiv ungeübter drin ist wahrscheinlich der vollwehrleute schneller aber auch der vollwehrkameraden will natürlich seinem verletzten kumpel helfen aber ist froh wenn er den verletzten dann zügig abgeben kann in die rettungsdienstnotarzthände weil natürlich die sowohl körperlich als auch psychisch wenn die ihren eigenen kameraden irgendwo raus retten müssen natürlich völlig am limit sind also die sind froh wenn sie denjenigen ausgezogen befreit haben und dann kommt jemand der sagt ich übernehmen ist gut das ist glaube ich ein guter tipp weil gerade also ich man sieht Feuerwehrleute dann doch relativ häufig aber mit dem equipment haben wir wenig zu tun genau und der Feuerwehrmann an sich ist so getrimmt dass wenn er gerade wenn er einen verletzten kameraden hat solange er weiterarbeitet bis nichts mehr geht oder bis jemand sagt ich übernehme von daher ist das vielleicht ein guter tipp also es ist jemand von uns dafür umso brisanter man wünscht es keinem aber ich hoffe dieses video trägt ein bisschen dazu bei um im ernst fall einfach das beste daraus zu machen auf jeden fall und bleibt mir nur ganz herzlich danke zu sagen an max an dich und an die kollegen von der feuerwehr die da ihre freizeit geopfert haben dass wir das machen ich glaube die hatten auch ihren spaß und ja jetzt letztes ding gefällt es euch ist das für euch interessant dass wir so ein bisschen in andere bereiche reingehen und schauen wo sind die schnittmengen zwischen feuerwehr und anderen ecken mit den mit der notfallmedizin und wie immer gilt teilen liken kommentieren wie macht ihr das gibt es vielleicht bei euch im bereich andere techniken oder gibt es was sagt ihr dazu ihr wisst ihr uns erreicht auf allen formaten wenn spezielle fragen an den max hat wie immer da kommt jetzt nicht aus leite ich die natürlich weiter gerne dann wünsche ich euch einen schönen tag bis bald bei nörd von medizin